Hallo allerseits heute am Muttertag, 12. August 2024. Ich bin hier heute Abend 19.30 Uhr am Jaimak Market. Der Night Market der Nähe der Zeu 12, John Kim Beach Road. Und hier gibt es heute was Besonderes, nämlich 20.30 Uhr Konzert mit Zach Losow, einem der bekannten Rocksänger, hat auch seine Fangruppe, da drüben sind schon so ein paar halbe Indianer, die haben sich hier sesshaft gemacht und natürlich bei so einem Konzert gibt es dann auch jede Menge Buden hier, Verrestbuden, die neueste Masche hier natürlich, das grüne Zeug, alles gibt es offiziell hier. Wenn ich ein Duftvideo machen würde, würde man das auch riechen. Ja, ich dachte, es gibt eigentlich hier normale Stände auch, aber das scheinen hier nur Cannabisstände zu sein. Also, 20 Uhr Konzert mit Zach Losow, werde natürlich nicht das ganze Konzert aufnehmen. Ich nehme noch ein paar Highlights für euch. Also dann, bis gleich, hier sind so ein paar Fenster, die ein bisschen zu posen. Ich gehe aber erst kurz schnell was essen, trinke ein Bierchen und dann geht es hier, ich weiß gar nicht, wo die Bühne ist. Hier ist er nicht, da ist nur ein Kinderriesenrad. Wahrscheinlich hier auf dem Nightmarkt, auf der kleinen Bühne, oder haben sie hier eine besondere aufgebaut. Schauen wir mal. So, auch hier, rundherum um das Festgelände. No, thank you. So eine Art Bier oder Getränk, keine Ahnung, was ist es. What is it? It's like beer? It's a sparking, sparking, we eat a couple of, yes. Ah, okay. Cannabis mix. But no alcohol? No alcohol, free alcohol. Okay, thank you. It's free. So, ja, hier der Nightmarkt heute natürlich super voll. So kenne ich ihn gar nicht in der letzten Zeit. Und hier drüben ist tatsächlich die Bühne aufgebaut. Ein kleiner abgesperrter, ich vermute mal, VIP-Bereich. Und hier, Jaimark Market, die Bühne, da wird gleich sektloser dann performen. Ja, wenn nebenan so ein bisschen eine Art Soundcheck ist und vor Information, habe ich hier mein Dinner bestellt. Fried, Crab Fried Rice. Dazu eine Gersten-Kaltschale von Leo. Und das alles hier auf dem Jaimark Night Market. So, und jetzt, wir haben den Organiser auf dem WIKI-VENT tonight. Sechst, so. Ja, ich mach, mach jetzt. Ja, und den Faden zu Extentsen. Gut, danke. Ja, es ist jetzt 21.15 Uhr, das läuft durch das Wortprogramm. Bissi Kanti, wie ist sie angehaut? Ja, das ist es. Und jetzt, was ich sehr ganz klar? Okay. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.